kapitel 5 es folgt das verzeichnis der nachkommen adams als gott den menschen schuf gestaltete er ihn nach seinem abbild er schuf ihn als mann und frau dann segnete er sie und gab ihnen noch am tag ihrer erschaffung den namen mensch als adam 130 jahre gelebt hatte zeugte er einen sohn namens set der ihm wie sein ebenbild ähnlich war nach der geburt selbst lebte aber noch 800 jahre und zeugte weitere söhne und töchter bis er im alter von 930 jahren starb set war 105 jahre alt als er in noch zeugte nach dessen geburt lebte er noch 807 jahren und zeugte weitere söhne und töchter bis er im alter von 912 jahren starb als 90 jahre gelebt hatte zeugte er kenan nach dessen geburt lebte er noch 815 jahre und zeugte weitere söhne und töchter bis er im alter von 905 jahren starb kenan war 70 jahre alt als er mal hallel zeugte nach dessen geburt lebte er noch 840 jahre und zeugte weitere söhne und töchter bis er im alter von 910 jahren starb als mahalel 65 jahre alt war zeugte er jahre nach dessen geburt lebte er noch 830 jahre und zeugte weitere söhne und töchter bis er im alter von 895 jahren starb jared war 162 jahre alt als er hin noch zeugte nach dessen geburt lebte er noch 800 jahre und zeugte weitere söhne und töchter bis er weitere söhne und töchter bis er im alter von 962 jahren starb als henoch 65 jahre alt war zeugte er mit tusche nach dessen geburt lebte er noch 300 jahre mit gott und zeugte weitere söhne und töchter bis er 365 jahre alt war henoch hatte beständig mit gott gelebt und dann war er plötzlich nicht mehr da weil gott in weggenommen hatte mit tusche lach war 187 jahre alt als er lange zeugte nach dessen geburt lebte er noch 782 jahre und zeugte weitere söhne und töchter bis er im alter von 969 jahren starb als lange ich 182 jahre alt war zeugte er einen sohn den er nur tröster nannte und sagte der wird uns trost verschaffen bei der harten arbeit auf dem ackerboden den jahre verflucht hat nach noahs geburt lebte lahmig noch 595 jahre und zeugte weitere söhne und töchter bis er im alter von 777 jahren starb nur war 500 jahre alt er zeugte sam und jaffet scherz 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 Vielen Dank.